Wir packen heute mal die DJI Mini 2 SE aus. Eine 249 Gramm Drohne, ultraleicht von DJI. Mit verschiedenem Zeug, was auf der Rückseite steht. Hier haben wir einen Quicklink zur DJI Fly App. Ja, unten gibt es auch noch verschiedene Seriennummern und so. Also nichts wildes und wir packen die jetzt einfach mal aus und schauen mal, ob wir damit direkt klarkommen oder ob wir da erstmal irgendwie ein halbes Studium für machen müssen. Open hier. Also als erstes müssen wir wohl mal den Karton hier zerstören. Beziehungsweise die Folie, den Karton lieber nicht. Ein Messer wäre ganz nice. Was ist das hier? Bin wieder zu dumm. Offensichtlich. So geht's. Jetzt habe ich leider doch den Karton ein bisschen beschädigt. Das war nicht die Absicht. Aber so geht wenigstens die Folie ab. Und dann geht's weiter. Open. Wie soll ich denn das öffnen? Ah, hier ist ein Siegel. Ach, jetzt hat's geklappt. Und hier ist die Drohne drin. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ich hoffe, das ist scharf. So, weiter geht's. Nächster Schritt. Wir haben hier so praktische Eingriffe. Da können wir die Drohne einfach rausholen und auf den Tisch stellen. Dann können wir dieses Inlay hier herausnehmen. Sagt man so? Ich weiß nicht. Und es geht weiter. Hier ist ein Karton drin. Mit allerlei Zeug. Hier gibt's eine LightCut App von DJI, glaube ich. Die hier empfohlen wird. Vielleicht schauen wir uns die mal an. Bei Gelegenheit. Noch nie von gehört. Hier gibt's Sicherheitsvorschriften. Okay, legen wir auch mal zur Seite. Dann gibt's japanische Flight-Sicherheitsrichtlinien. Und so. Quickstart-Guide. Das ist gut. Ich glaube, wir werden hier wieder auf die DJI Fly App verwiesen. Text ist hier so gut wie gar keiner dabei. Lade die Intelligent-Flight-Battery auf, um sie dann vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren. Aha. Hier wird erklärt, wie der Controller zusammengebaut wird. Und mehr. Das schauen wir uns gleich noch an. Dann haben wir hier unten tatsächlich auch den Controller. Da kommt das Handy rein. Den packen wir auch noch aus. Und dann können wir den Karton eigentlich mal zur Seite stellen, weil mehr ist da nicht drin. Nur noch so Silit, Silit-Gel, Silika, Silika-Gel. Das ist toll, um Wasser irgendwie zu vermeiden. Bei Dingen, die kein Wasser vertragen. Dann haben wir hier eben verschiedene Anschlüsse, Kabel. Weiterhin haben wir hier, glaube ich, so Rotorschutz-Dinger oder Ersatz-Rotoren. Weiß ist nicht genau. Und hier haben wir noch sowas wie ein kleines Werkzeug. Das war's. Mehr ist hier nicht drin. Ich denke, dieses Pappding kann dann auch weg. Dann packen wir als nächstes mal den Controller aus. Der ist hier in so Folie eingeschweißt. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich reiße den einfach mal auf tatsächlich. Ja, und so sieht das Ganze aus. Hier mit verschiedenen Funktionen. Normal, Sinne, Sport. Dann gibt es hier den Ein- und Ausschalter. Schultertasten, Kamerataste. Das Ganze sieht so von oben aus, von hinten. Bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Hier unten sind die Steuerknüppel. Die müssen wir, glaube ich, selber anschrauben. Ja, ich bin gespannt, ob ich das alles hinbekomme. So, die Schutzfolie kann weg. Dann werden wir als nächstes mal die Drohne begutachten. Beziehungsweise sämtliche Aufkleber mal entfernen. Das wirkt spannend. So, das Tampe-Zugehör kommt jetzt mal in den Karton ran. Ne, wir lassen das mal liegen. Eventuell laden wir die Drohne gleich noch. Ich beginne jetzt mal, die Drohne aufzumachen, auszuklappen. Und da sind verschiedene Aufkleber, die wir entfernen sollen. Rotoren ausklappen irgendwie. Es gibt hintere und vordere Rotoren. Das hier ist der Schutz für die Kamera. Den hätte ich gerne noch ein bisschen drauf gelassen. Also wir haben untere Rotoren, wir haben obere Rotoren. Open the cover, press and hold the battery, release button and remove the battery. Die Batterie ist wohl hinten. Ah, das Ganze wird hier ausgeklappt. Einmal und zweimal. Einmal zur Seite, einmal nach vorne. Jetzt sieht das Ganze schon langsam eher wie eine Drohne aus. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wie ich die Batterie rausholen soll. Aha. Gut, wir sind ein Stückchen weiter gekommen. Gucken, was die Anleitung noch so bereit hält an Informationen. Die Drohne liegt jetzt auf dem Kopf und sieht ausgeklappt so aus. So, die Batterie können wir entfernen. Das geht am einfachsten, wenn ihr hier an der Drohne, also ihr müsst erstmal dieses Dings öffnen. Und dann irgendwie den Schalter drücken. Ihr seht hier, wo der Akku genau reinkommt an diesen Kontakt. Den sieht man hier auch am Akku nochmal. Ich weiß nicht, ob man das gerade erkennen kann. Da sind auch so Kontakte dran. Und so kommt das Ganze dann eben rein. Man soll vorher laden. Also erstmal einmal vollladen. Ich hätte den Akku jetzt nicht rausnehmen müssen. Ich weiß jetzt aber, wie es geht. Das ist schön. Und dann bauen wir als nächstes, denke ich, gleich mal die Fernbedienung auf. Lade die Intelligent Flight Battery auf, um sie vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren. So, die Drohne ist jetzt entpackt sozusagen. Ausgepackt. Und die muss jetzt eben erstmal geladen werden. Das Steuergerät packen wir so aus, dass wir hier die Steuerknöpfel einfach rausholen und hier reinschrauben. Die sind hier einfach in so ein spezielles gummiartiges Material reingelegt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt haben wir hier Steuerknöpfe. Und hier kann man jetzt dieses Teil ausfahren. Da wird das Handy reingeklemmt. Und dann kann es, glaube ich, auch schon losgehen. Hier sehen wir den Akkustand. Wenn wir das Ding kurz anmachen. So, beide Teile müssen geladen werden. Sowohl der Controller als auch die Drohne. Dann muss da irgendwo noch die Seriennummer draufgeschrieben werden. Das mache ich dann wahrscheinlich morgen. Gucken, wo ich die genau drauf schreibe. Wir bauen jetzt mal noch das Ladegerät zusammen. Da ist natürlich wieder keins beigelegt, sondern nur verschiedene Kabel. Das ist fantastisch gelöst wieder. Wobei, eigentlich soll ja auch noch ein Ladegerät dabei sein. Dachte ich zumindest. Anscheinend aber doch nicht. Und wenn wir die Drohne noch einmal umdrehen und uns die Unterseite ansehen, dann sehen wir hier den Ein- und Ausschalter sowie den Akkuzustand. Wir können die ja mal anschalten kurz. Und dann schalten wir sie auch direkt wieder aus. Beziehungsweise, ich glaube, die geht automatisch aus in diesem Zustand. Sieht für mich jedenfalls so aus. Das waren die wichtigsten Funktionen. Als nächstes wollen wir uns noch mal schnell anschauen. Was kann die Drohne eigentlich vor dem Erstflug? So, wir schauen uns also noch kurz an, was kann die Drohne überhaupt? Und dazu gehen wir auf die Webseite von DJI. Noch mehr Inspiration dank intelligenter Modi. Deine Traumaufnahme zu erstellen ist einfacher als du denkst. Das Ganze hier mit einigen Drohnenshots garniert. Wir scrollen ein Stück nach unten. Es sind Quickshots möglich. Mit nur wenigen Handgriffen nimmt die DJI Mini 2 SE automatisch professionelle Videos auf, die direkt auf Social Media geteilt werden können. Egal ob du Anfänger oder Anfängerin bist oder schon mehr Erfahrung hast mit der DJI Fly App, kannst du beeindruckende Ergebnisse mit Soundtracks und Filtern erzielen. Und wir sehen hier einige Beispiele von den Quickshots. Also das hier wäre eine Helix. So heißt diese Flugbewegung. Dann gibt es die Drone Quickshots. Auch sehr schön, wie ich finde. Raketen Quickshots. Man kann kreisen um ein Ziel herum. Vermutlich ist das immer der Steuerer, der Drohne, der Pilot. Und dann gibt es noch die Boomerang-Funktion. Außerdem können wir Panoramen aufnehmen. Wähl aus Sphären, Weitwinkel und 180 Grad Panoramen. Und Mini 2 SE erledigt den Rest und erzeugt mühllos und schnell ein Panorama-Meisterwerk. Hier haben wir die Weitwinkel-Funktion. Hier die 180 Grad Version. Und das hier wäre eine Sphäre, die ebenfalls aufgenommen werden kann. Light Cut, unzählige Luftbildvorlagen, intelligente und einfache Bearbeitung. Das ist wohl das vorhin auch schon angesprochene Schnittprogramm von DJI. Das gucken wir uns bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal an. Das wird hier auch ganz kurz vorgestellt. Light Cut kann deine Luftaufnahmen erkennen, Highlights auswählen und automatisch bearbeiten. Diverse Vorlagen. Light Cut empfiehlt auf intelligente Weise Videovorlagen verschiedener Stile und fügt automatisch Musik und Effekte hinzu, damit du mühelos ein atemberaubendes Video erstellen kannst. Leistungsstarke Gimbal-Kamera. Erlebe deine schönsten Momente mit hochwertigem Filmmaterial noch einmal. Drei-Achsen-Gimbal. Ein mechanisches Drei-Achsen-Stabilisierungssystem sorgt dafür, dass die Mini 2 SE stets für stabile Aufnahmen funktioniert. Egal wie abenteuerlich es wird, gestochen scharfe Bilder und klar. Die Kamera liefert 12 Megapixel und 2,7K Videos. Nimm die besten Momente mit Familie und Freunden auf oder fang auf einer Reise die ganze Bandbreite der Natur ein. Die DJI Mini 2 SE kann jeder kreativen Idee etwas Besonderes verleihen. Außerdem gibt es noch einen Vierfach-Zoom, reichlich Zubehör. Es gibt theoretisch noch Propellerschutz, Ladestation. Und vieles mehr. Überzeug dich selbst. 3DAR kann man sich die Drohne in seiner gewohnten Umgebung mit anzeigen lassen. Und hier haben wir nochmal alle Features in der Übersicht. Unter 249 Gramm intelligente Modi, 31 Minuten Flugzeit, Flugweg bis Windstärke 15, 10 Kilometer Videoübertragung und einfach zu bedienen. Das war die DJI Webseite. Und ich muss jetzt unbedingt lernen, wie man dieses Ding fliegt. Dafür gibt es einige Kapitel, einige Lektionen in der DJI Fly App. Und dann geht es wie gesagt endlich, endlich los. Für dieses Video war es das erstmal. Ich bedanke mich für euer Interesse, fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss. 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 Tschüss.